Hallihallo, ich bin die Katha und ich bin neu an der School of Music Ludwigshafen und bin dienstags die Gesangsdozentin hier. Gleich geht's los und wir haben gedacht, wir nehmen euch heute mal ganz kurz mit. Gleich geht's los im Unterricht und mit was kann man die Zeit vorher besser verbringen? Klar, noch eine Runde Musik machen. Wenn ihr Lust auf Klavierunterricht oder Gesangsunterricht habt, dann meldet euch. Ein paar Plätze sind auch frei. Vielleicht bis bald!